Hey Leute, willkommen zurück zu Left 4 Dead 2 mit Firestorm, meinem Droid-Buddy. Ja, im letzten Part haben wir uns ja weiter durch diesen Zoom hier gekämpft, haben knapp überlebt. Fire musste mich sogar wieder überleben, dafür danke an der Stelle. Jetzt kommt aber das große Finale, wir sind gespannt wie das Level endet. Ich weiß nicht mehr, deswegen bin ich wirklich gespannt und Fire ist sowieso immer gespannt und motiviert. So, weiter wieder ohne Nahkampfwaffen, wie immer, wenn man einmal rausgeht. Das ist ärgerlich, aber naja, es soll auch nicht so einfach sein. Oh Mann, jetzt fängt es schon gut an. Ach du machst was. So, was ist das jetzt hier? Das Dorf, direkt am Zoom. Wer will hier nicht leben. Ich weiß es, ich könnte echt chillig sein, aber ich hätte viel zu viele extraständige Alligato in meinem Garten werden. Das wäre dann wiederum nicht so cool. Nein, verdammt. Klasse Luigi zur Stelle. Dann merkst du es auch wieder mega Spaß, so Mist zu töten. Achja, Fire, hast du gewusst, wer das Chicken da ist? Nee. Ich weiß es jetzt, seit neuestem. Ja, wer denn? Das Chicken ist die Chica von Five Nights at Freddy's. Das weiß ich, weil ich das mit Dark Souls 2 fertig war von Holly LP, wo er Aufnahme gemacht hat. Guck ich mal jetzt Five Nights at Freddy's, wo er aufgenommen hat. Das ist so Horror-Ding, weißt du bist so in einer... Was ist das so in einer... Der Teddybär, ne? Ja, genau, so... Die Leute, wo es in Amerika gibt, wo so Figuren, so Musik dazu machen. Wir haben Essen und so, wo Kinder auch Spiele kennen und was weiß ich. Aber die werden dann nachts halt zum Lerobjekt in dem Spiel. Was zwar irgendwo einfach gestrickt ist, aber trotzdem mega geil. Finde ich bis dahin, was ich gesehen habe. Du hast schon Axt. Ist halt schon gruselig. Hast du schon Axt? Eine Axt hab ich noch nicht, nee. Ja, hier drin ist eine. Ja, ist wo? Da hab ich was verpasst. Im ganzen Stock hier oben. Da hab ich was über Sie vor lauter 10 jetzt. Ah, tatsächlich, danke. Sehr schön. So, wo geht's denn hier weiter? Dum 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 Batum! conceptual Ethereum Sch거든요 Heart! Was haben wir hier? Es hat hier noch vers plastic, in der Info. Ein Haus. Ach, komm. Ein Simester! Tut mir leid, aber ich will doch jetzt gar inziehen. Danke schön! Ah, dieser Smoker, jetzt kommt der Hunter, tut mir leid Luigi, ich war auf dem Weg, oh nein, gruselig, Teddybären, ah, Feuer springt vor, war sehr schön, ach, ne, ihr bleibt da, ihr bleibt da, oh, was haben wir alles schön, das Tefibrillator, Molotow, das ist aber ein Luxus, also ne Garte ist eine Einordnung, ich würde das Haus gerne schon erwägen, um sie zu kaufen, damit so viele Unarmieter wären, dann müssen wir hier ein Boot rufen, dann müssen wir hier wieder ein Boot rufen, dann müssen wir es laufen, bis es kommt, wieder verteidigen, ja, gibt es viele, ja, jetzt müssen wir uns wieder verteidigen, bis das Boot kommt, ja, cool, heute machen wir hier alles vor, na komm, so, wenn wir nicht weit kommen, oh, ah, ich finde diese Finale sind immer mega geil, ach, guck mal da, was er hier hat, ja du wirst getroffen auch zombies gut achten sich und ich kann feier hier mal rückendeckung dass er in ruhe abknallen kommt her ihr werdet nicht liegen ich muss gleich mal ich eine tablette oder so nehmen er macht es jetzt meistens flüssiger es kommt aber vorher warte mal wie komme ich hier wieder weg ich glaube mit e wieder drauf komme ich in der regel ach jetzt die ganze zeit hier wo ich eh gedrückt habe oh ne da wackelt was hilfe ich bin zwar still aber ich glaube wir kriegen keinen unangenehmen besuch bester freund kommt vorbei oder es hat mal ein bisschen gewackelt gerade ja da kommt er doch eigentlich immer donkey ich höre gleich was ich fand es cool vorher kam ich auch diese epische musik wenn er gekommen ist sonst sind leider rausgenommen bei den neuen updates stowards hat er einmal gemisst wann er kommt das wollte ich auch einfach na gut schon mit dem gestampfen was eigentlich auch so total ja naja kritisieren wir hier wohl nix aber irgendwie scheint er nicht zu kommen ist doch ein bisschen schüchtern schnitt 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 die verpackt zu sein kam wir in der folge über holly lp ich und geht es los mit den bugs das ist das wieso hat er immer wieder bugs oder was ja dafür ist er ja bekannt weil er bugt ständig irgendwas in das spiel das ist immer voll cool oh nein ich bin zur stelle ah bester man bugsy ich glaube das ding ist wieder abgekühlt und deine waffe er ist voll er ist voll er blut hier Ja, so gefällt mir das. Bis jetzt halt nicht so ein Grenzenwecker. Wir können die ganz gut hier abwürfen. Ja, es ist noch keine Witch da gewesen. Ja, ich glaube meist bei der Finale gibt es eh, glaube ich, nie Witch. Ja. Da hat der Tank anscheinend verpackt man auf. Kommt hier auch mal was, oder? Das ist ja easy. Aha. Jetzt stampft es wieder. Mal gespannt, ob er diesmal kommt der Donkey Kong. Hat er wieder schüchtert. Oh, ich höre, glaube ich, was. Ja, da hinten. Kommt er diesmal wirklich? Oh, trifft er mal. Oh, wieder uns! Was? Oh, shit. Da ist gerade einer bei den Zaun geklettert. Ja, das sind wieder zwei Stück. Oh, nee. Das ist jetzt ungünstig. Sterbe. Da stirbst du nicht. Oh, oh. Hoch, 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 hoch. Ah! Ich komme. Ah, fuck. Ich habe geheelpackt. Kommt. Er kommt. Beide kommen. Das ist jetzt ein Witz, oder? Oh, nee. Das wird eng. Das sieht wirklich aus. Das sieht wirklich aus. Pssst. Oh, nein. Oh, oh, oh. Oh, oh. Es war die ganze Zeit so ruhig. Oh, ich habe mit dem Sweater nicht gerechnet, weißt du? Ich dachte auch so gechillt, so hinten, wo du auch hingeguckt hast. Und für einmal siehst du, wie einer hinter dir steht und ich runter schubst. Guck dir eiskalt zu. Oh. Geil. Geil. Ah, sehr schön, die Kiel. Guter Mann. Oh. Oh. Da kommt man, finde ich mich schon deutlich wohler fühlen. Ist doch irgendwo noch eine Szene. Nein. Okay, Adrenalin haben wir, das ist wohl gut. Ich werde gleich das Boot rufen. Ich werde gleich das Boot rufen. Ja, da riech ich nichts. Hab ich mich schon einmal geheilt, oder was? Ja, boah. Ah, verdammt, du hast schon gerufen, dann ist sie weg. Hier, erstmal nochmal Heilpacks holen. So, da ist der Davy. Oh, mal kurz. Oh, shit. Nein. Hilfe, ich bin unten. Ah, verdammt. Ich komme. Nick hat mich gerettet. Und mir gleichzeitig erstmal... Ah, ohne Nahkampf ab ist das echt ätzend. Ach so, Fischer. Schnell, steig auf. Isle of Beer. Mein Retter in der Not. Komm hier. Hier. Du musst mich nicht heilen. Ops. Jetzt heil ich mich. Toll. Also wen hast du denn jetzt geheilt? Nicht mich. Ja, ich war nicht fertig und bin auch so mit dem Tast runterkommen. Ach so. Ah, schade, dass wir uns AGs heil ich die ganze Zeit heilen können. So. So nett von dir. So nett von dir. Oh, ich hole dein Defibrillator. Ich bin da nicht geholfen. So nett von dir. So nett von dir. So nett von dir. Boah, ich brauche das hier. Boah, ich bin ja gar nicht du da gerne. So nett von dir. Da ist ein Hunter. Oh nein, der kommt über den Zaun wieder. Okay, deswegen gucke ich aber hinter uns. Da scheint alles in Ordnung ist es das. So nett, glaube ich. bis der aufhin verpackt war Hunter! Hunter! Nein, nein, pssst, braver Donkey Kong, ganz brav Nein, geh weg, geh weg Ich rette dich! Ich rette dich! Jawohl, sehr schön Ja, ich hab dich gerettet Nice, mal wieder Ja, ich mein, das Paddel Habe doch das Paddel hier Aber ich muss noch mehr Heal Packs holen Brauchst du auch? Ich hab dir eh viel und bin noch recht gut geheilt Der Nick-Post, glaube ich Okay, ich nehme den und dann heile ich mal den Nick Denkst du, da kommt noch einer? Ja, das wären wir ihn ja eigentlich A2 gewisst Vorsicht, es kommen welche von der Treppe Das ist 2 Uhr zumindest Alter, man kann sich gar nicht genug heilen Nick, komm her Ja So was, so was Paddel, jetzt geht's back auf Ich stehe alles voll ablos, du müsst bevor ich, also bevor ich die Boot will Oh, wie lange muss ich nur noch warten? Das geht gar nicht Das ist ja schön Das ist ja schön Dismopark muss ich aufs Immobilie raus Das heißt Gute Was sind Sie auf den Weg? Noch nie Er ist heute Aus Er ist heute Dismapark 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 Wie lange dauert das denn noch? Oh ne, ich hör schon wieder was. Oh nein, von innen glaube ich diesmal, ne? Ja, der ohne ist aber einer. Bitte, Sanna, das ist innen. Oh, oh ist wieder runtergefallen. Ja, abgerutscht der Affe. Hahaha. Das ist mal aus, als ob er richtig hier fällt. Donkey. Ja, das packt er. Oh, tatsächlich ins Wetter. Da bist du doch jetzt mal sterbe. Was machst du? Da bist du doch mal sterbe jetzt, das gibt's gar nicht. Hey, sind beide weg, oder? Oh, ich bin gleich tot. Ich komm. Verdammt. Zur Not habe ich einen Defi. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Boah, einer hat noch. Einer hat noch. Schnell, 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 schnell. Der kommt. Geh, geh. Ich rette dich. Geh. Ich hoffe mich für dich. Ich hoffe mich für dich. Ich hoffe, Chica, steh auf. Steh auf. Ist er tot? Oh, nein, ist er nicht. Das gibt's nicht, Mann. Für dich, für dich, mein Freund. Ich verlebe dich gleich wieder. Oh, ich hab mich für dich geopfert, dass du überleben kannst. Oh, mach doch. Ah, jetzt halt. Schnell. Oh, ich lebe. Ja, natürlich. Du bist so rettet und für mich entspannt. Oh, nein, ist er nicht verbreit. Oh, das ist doch. Das geht so, Mensch. Oh, nee. Nein, Sade, das kommt. Nee, das ist doch ganz eng. Nein, das ist doch. Du machst das. Oh, nee. Oh, shit. Uuuh. Ach, komm, oder? Ja. Ich hab grad, sorry, der hat mich runtergekickt. Mich auch. Ich wollte kurz, du mal lad. Chicken lad, oder? Oh. Was geht's denn? Verdammt, wo ist die Rochelle? Was macht die denn? Nein. Was macht die denn? Oh, nein. Hat der die weggekickt, Alter? Hat der die weggekickt? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Der Computer sitzt. Oh, nein. Number one, million. Weitere alleивать, is dermelderige, not the besterige. Oh, nein. Letztan vulnerabilities. Will ich jetzt platzieren? Oh, nein. Ganz ehrlich. Wenn ich das restaurant godu- jetzt mal hier Folge kurz zu wehre Oh nein Oh nein Von wo? Keine Ahnung ich hab mir noch nicht gesichtet Ich glaub von rechts Ohhhh Oh! Nee! Von hinten! Oh je! Scheiße! Nein! Was machen die ja immer? Die wollten mich heilen. Ja, ich weiss, aber die müssten so taktisch anders machen. Putz, dass sie auf Selfie nur denken können. Das ist unglaublich. Chica, ich helfe dir, wenn du normalerweise Leute tätest, abends, nachts, im Freddy´s. Sehr schön, das wars. Das war gerade mal der Erste, juhu! Aber der kam einfach von hinten! Ja, das ist die richtige Arschloh-Aktion, da stimme ich dazu. So. Oh. So, dass die Türkei Defried dabei ist, das ist ärgerlich. Oh ne, ein Hunter. Hunter dann, Freund und Helfer. Ah ne, hab ich was durcheinander gefunden. Oh, sorry. Ah, das macht überhaupt nichts. Ist einer zu viel, wie einer zu wendigkehle. Naja, nicht wenn es der eigene Mann ist. Das ist richtig, absolut. Ach. Alles immer noch mit Kotzen. Das Spiel hat immer noch 5%. Was mit Kotzen so tun? Ach. Alles immer noch mit Kotzen. Das Spiel hat immer noch 5%. Was mit Kotzen so tun? Ach. Hab Brot, komm her. Los. Das. Lege an. So, dann kommt der nächste. Donkey Kong. Ich muss es eigentlich gar nicht herausfinden. Das scheint, dass du so sehnstisch ich doch wort. Nein, nein, nein. Wend noch mal. Ja. Sieht aber einfach. Wenn ihr ab. Ah, Mann, das geht's gar nicht. Ich spreche euch auch noch um eine Art Kampfwaffe. Er holt euch das scheine Dolch-Messer da. Wo ist denn das? Hier. Ach, das ist doch ein Witz. Wo? Hier, hier. Schon ganz cool, aber es geht mir nix über die Bratpfannen, das ist klar. Ach, du Hina, komm da, jo. Ja. Oh, nee, von links! Was? Sch***. Oh! Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, das kam doch von hinten wieder ausm Haus. Oh, shit. Ja, genau! Nei. Da kommt ein Bumpe zu Stitten, ey, warte. Ich hätte mega Bock wieder diesen Versus-Mutus zu spielen, aber da müssen wir auch ein paar Leid-Sinni mitspielen. Ich werde mehr von unseren Leuten abgeschossen als von den Zombies. Oh nein! Kommt er? Ach ja, da ist er ja. Ja. Acht auf der zweite. Nein! Ich häng fest! Nein! Nein! Oh! Oh! Nein! Nein! Oh, was? Nein! Oh Gott, was mache ich? Verdammt! Das wird... Oh, verdammt! Wir haben nichts mehr. Hast du die zweite g'si, wo er hinterflüssig gekommen ist? Was? Oh nein, nette Boomer! Ah! Du machst das! Ach komm, hör auf! Oh, verdammt! Rette dein Leben! Rette dein Leben! Alles mit dir steigt! Problem ist... Ich hab's nicht gegeben! Wir sehen uns auf der anderen Seite! Nein! Oh nein, verdammt! Bitte nicht allein lassen. Verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Bitte chicken halt durch. Schnell, 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 schnell. Verdammt. 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 Oh verdammt. Oh verdammt. Oh du scheiße. Oh. Oh das gehts doch gar nicht. Ich hab so ein Gefühl, die Rundpacke was. Ja, ein Gefühl ist tickisch. Ja, ein Gefühl ist tickisch, du sagst das. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Keine Angst. Ich habe Defi dabei. Alles entspannt. Ah, Firestorm. Ja, sorry, ich war ein bisschen langsamer. Wo der Alice langgelaufen ist, weiß ich auch nicht. Alles gut. Muss ich nur schnell runter heilen gehen. Jetzt sieht es gleich wieder ein bisschen eng aus. Ja, okay. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Zack, kommt her. Du, du hast schon Angst. Coach, ich bin der Roman. Ich muss schnell Heal und Defi da mitnehmen. Schnell, schnell, schnell. Coach, komm. Spiel nicht den Helden. Spiel nicht den Helden. Komm, komm, komm. Komm doch hin. Ja, ich habe alles versucht. Sehr gut. Sehr gut. Oh nein. Hilfe. Jockey. Ich bin da, Kollege. Ich bin da. Wir stehen das zusammen durch. Na, Coach. Das ist genau das Kaliber für den Coach. Ich bin der Coach. Ich bin der Fertigwache. Ja. Oh nein. Wo ist er? Dahin kommt er. Wo? Wo kommt er? Von rechts vom Haus. Dahin, ja. Verdammt. Was? Das hat mich getroffen? Oh, verdammt. Auf dem Dach ist noch einer. Echt jetzt? Ja. Nachschubitter King Kong. Jetzt kann ich da laufreden. Jawohl. Er kommt zu mir, er kommt zu mir. Ich bin ein bisschen Katze im Haus mit ihm. Wo ist er? Kommt er gerade noch ein Dritter oder habe ich mich verguckt? Ich weiß es nicht. Ich muss mich mal heilen. Heil dich. Oh. Wo ist denn der? Oh. Lebe beide noch? Das geht's nicht. Jawohl. Beide tot? Jetzt ruhig. Nice. Ich muss meinem Coach auch helfen und nochmal heilen. Ah, Alice macht das. Klar, geht gut. Alice. Ja, los, 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 los. Das Boot ist du. Nein. Nein. Waxi. Nein. Renn. Renn. Einfach rennen. Renn. Wir haben uns gleich gepackt. Nein. Nein. Oh, shit. Bitte. Echt, jetzt will ich es auch durchs Wasser? Das ist echt fies gemacht. Komm, lauf. Ja, Hans. Der Tank kommt. Der Tank kommt. Alice, Coach packen sogar. Ah, los, Rinder. Nice. Der kommt. Er kommt. Schnell. Nice. Ja. Endlich. Endlich. Das geht's ja gar nicht. Alter, das ist ab der schwersten Stufe, ey. Ja, Mann. Endlich. Endlich. Das war echt strammt. Ach, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich brauch das. Uns auf jeden Fall sehr, aber auch wenn es echt schwierig war. Damit wäre das Level zum Fieber auch erledigt. Und dann freuen wir uns aufs nächste Level. Das war wirklich Sumpf, Fieber, ey. Das war mehr Fieber wie Sumpf. Ja. Ja. Da bedanke ich mich. Seid gespannt, wie es weitergeht. Feierst du ein bisschen das auf jeden Fall. Endlich mal. Geht's weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von... Left for the 2. Dankeschön. Euer Bugs. Ciao. Bye. Vielen Dank.